Das ist ja lachhaft. Du hast seit Wochen nicht mit ihm geredet. Jetzt willst du dich mit ihm vertragen, wo er plötzlich interessant geworden ist. Das war ein Zitat von Lavender Brown. Hi, ich bin Amba. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Lavender Brown. Du hast mich mit deinem Lavender durcheinander gemacht. Ja, ich weiß. Ich würde tendenziell, oder ich habe es früher immer gesagt, ich habe immer Lavender gesagt. Aber ich glaube, sie wird tatsächlich Lavender ausgesprochen. Es wird mir auch schwerfallen, das zu sagen. Ich sage Lavender. Ich sage jetzt einfach Lavender. Die wissen doch schon, dass ich sprachgestört bin, was die Namen im Harry Potter-Universum angeht. Also kann ich auch Lavender sagen. Okay. Für mich ist das fein. Lavender ist ca. 1979 bis 1980 geboren. Und im Film stirbt sie am 2. Mai 1998 während der Schlacht von Hogwarts. Im Buch ist das Schicksal aber offengelassen. Für mich ist sie aber auch da tot. Aber da können wir ja später nochmal drüber reden. Wir kennen sie als Gryffindor in Harrys Jahrgang, beste Freundin von Pavarti und Ex-Freundin von Ron. Wie Lavender aussieht, ist es nicht so sonderlich beschrieben in den Büchern. Allerdings hat sie einen Hellentern, weil das ja auch bei reinblütigen Familien ganz üblich ist. Dunkelblonde Haare. Und später in den Filmen, wenn sie diese größere Rolle bekommt, hat sie auch blaue Augen. Ja, die wurde ja häufig mal ersetzt. Und die war ja ganz am Anfang in den ersten beiden Filmen, glaube ich, eine schwarze Schauspielerin. Das wurde dann aber in den Büchern so interpretiert von wegen, weil irgendwie sie und Ron halten mal Händchen. Und dann ist es aus Harrys Sicht so von wegen, man konnte gar nicht mehr sagen, welche Hand zu wem gehört. Nee, wenn die rumknutschen. Oder so. Auf jeden Fall, ist ja auch egal, können auf jeden Fall, müssen sie die gleiche Hautfarbe haben. Ja, das stimmt, ja. Aber ich finde es schon witzig, weil sie ja jetzt nicht jemand ist, keine Ahnung, wie Regulus, der halt nie vorkommt, den man nur einmal von einem Foto sieht. Also sie ist da, aber sie wird halt einfach nicht beschrieben. Es ist Harry offenbar nicht wichtig, wie sie aussieht. Ja, vor allen Dingen hat sie ja auch nie so richtig tolle Gespräche. Also sie ist zwar da und sie hat auch eine Rolle, gerade in der Zeit, in der sie mit Ron zusammen ist, aber also Harry ist halt auch nie nah genug an ihr dran. Genau. Dafür, dass Lavender ja tatsächlich in den Köpfen der Leute tatsächlich eine richtige Gryffindor-Rolle hat, also sie steht ja für etwas, hat sie wirklich sehr wenig Text. Und wenn sie Text hat, auch random Stuff, wo du denkst, okay, ciao. Das stimmt, genau. Aber ich habe mir sie tatsächlich schon auch, als ich es gelesen habe, immer sehr girly so vorgestellt. Deswegen finde ich diese blonden Löckchen, die sie dann später ja im Film hat, die passen eigentlich ganz gut. Aber ich habe mich auch nie an einer früheren Version von Lavender gestört. Das war mir eigentlich echt auch irgendwie immer egal, weil sie jemand ist. Da war es irgendwie nicht wichtig genug, wie sieht der aus. Es ist eigentlich auch egal, wäre auch später egal. Und wenn sie nur durch dieses Händewirrwer von Lavender und Ron darauf gekommen sind, dass die Frau ja nicht schwarz sein kann, dann finde ich das einfach auch unnötig, weil es hätte sich so oder so niemand dran gestört. Weder in den Büchern, weil es hätte ja auch einfach aus Harrys Sicht einfach nur quasi so eine Floskel sein können, dass man es nicht unterscheiden kann. Es ihm aber nicht wirklich um das Visuelle nicht unterscheiden ging. Ja, und deswegen gab es damals ja auch tatsächlich ein bisschen Kritik daran, dass sie halt eben ersetzt wurde. Ja, weil ich weiß nicht. Wobei damals, sie hatte ja nicht immer eine Sprechrolle richtig. Und dann denke ich mir so, da willst du vielleicht doch nochmal jemanden professionelleren casten für jemanden, der dann plötzlich eine doch wichtigere Rolle spielt als Freundin von Ron. Ich habe keine Ahnung, aber im Grunde ist es mir echt komplett Wurst, wie sie aussieht. Ja, mir auch. Da kommen wir dann auch mal zu ihrem Zauberstab. Da ist nämlich auch alles Wurst. Kennen wir nämlich nicht. Alles Wurst. Das ist ein Wurst-Zauberstab. Wienerle. Oh Gott. Das nimmt ja einen tollen Lauf heute. Naja. Und wir wissen von ihr, dass sie keinen gestaltlichen Patronus bewirken kann. Sie ist auch ein bisschen frustriert deshalb. Das kann ich auch verstehen. Aber was nicht ist, ist halt nicht. Ich glaube, sie ist einfach zu oberflächlich und einfach nicht tiefgründig genug, um einen richtigen Patronus zustande zu bringen. Das finde ich gut zusammengefasst. Ja, nicht tiefgründig genug. Das glaube ich auch, ja. Und ihr Irrwicht ist entweder eine Ratte, eine Klapperschlange oder ein blutiger Augapfel. Das wurde so in dem Buch hintereinander ohne richtigen Zusammenhang mit Schülern benannt. Wobei, ich glaube, Pavati die Klapperschlange hat, oder? Ja, ich glaube, das kann man so ganz genau nicht mehr dann herauslesen sozusagen. Aber eins davon gehört zu Lavender. Und ich fände es lustig, wenn es die Ratte wäre. Wegen Ron. Dann kommen wir mal zu ihrer Familie. Die kennt man nämlich nicht namentlich. Es sind einfach Mr. und Mrs. Brown. Zu ihrer Familie gehört aber auch noch ihr kleines Kaninchen Binky, was aber nicht lange bei ihr ist. Es ist ja auch, sind wir ehrlich, wir sind, das ist doch total bescheuert. Du holst dir doch nicht ein Haustier, wenn du eigentlich das ganze Jahr lang überhaupt nicht da bist. Ja. Ja, was sowieso nicht so lange lebt. Und wenn, dann nimmst du doch mit nach Hogwarts. Du bist gar kein Kaninchenkenner. Unsere Kaninchen sind neun Jahre alt. Ja, aber die ist sieben Jahre in Hogwarts. Ja, dann haben die immer noch glückliche zwei Jahre danach. Toll. Die armen Eltern, ey. Ja, ich verstehe es auch nicht. Die müssen sich die ganze Zeit kümmern. Ja, genau. Also ich finde, das macht keinen Sinn. Ja, das macht auch wirklich keinen Sinn. Ja. Aber, weiß, weiß ich. Schnapsidee. Naja, aber wir wissen ja auf jeden Fall, dass sie reinblütig ist. Das heißt, ihre Eltern sind auf jeden Fall Zauberer. Ja, genau. Und ich glaube, also sie war mit Sicherheit ein Einzelkind. Wir erfahren zumindest nie was von Geschwistern. Sie ist auf jeden Fall auch so ein bisschen verwöhnt. Und es scheint immer so, als wäre noch nie irgendetwas Schlimmes in ihrem Leben bisher passiert. Also ich glaube, ihr Leben war immer bisher sehr angepasst und immer schön, vor allem nach außen hin. Alles super, alles perfekt und alles rosa. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Mutter vielleicht auch so eine kleine Drahtstante in der Nachbarschaft gewesen ist. Oh ja. Dass sie so quasi immer so durchs Küchenfenster geguckt hat, was machen die anderen. Sie hat sich auch immer so ein bisschen nach links und rechts orientiert, aber hinter vorgehaltener Hand doch mal irgendwie eine andere Meinung. Lavenda hat das für sie ja auch so eine Drahtstante ist und so ein richtiges Teenage Girl. Ich glaube, dass das ganz gut passt, wenn die Mutter das quasi auch schon vorgemacht hat. Ich meine aber vielleicht auch der Vater. Vielleicht ist auch der Vater voll der Gossip Boy gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die halt einfach ein sehr unbeschwertes Leben hatten und deshalb eben auch Zeit dafür hatten, sich so anzugucken, was andere so machen. Und dass sie dann beim Abendessen drüber gesprochen haben. Und ich meine das jetzt nicht mal böse oder so, sondern einfach, dass das so ein bisschen einfach dieses Familienleben so ausgemacht hat. Dass sie einfach mal so, ach ja, die Blacks, hast du gehört, die Walburga, die haben mal wieder ein Hauselfen geköpft. Und sowas. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass Lavenda aber nicht so viel Kontakt zu anderen Kindern hatte, dass sie vielleicht sogar auch von zu Hause aus unterrichtet worden ist, bis sie nach Hogwarts gegangen ist. Ja, stimmt. Weil Lavenda ja häufig so ein bisschen, ich finde sie sozial nicht immer so hundertprozentig kompatibel. Das ist ja vielleicht, weil sie das vorher noch nicht so richtig ausprobieren konnte. Ja, stimmt. Ja, Lavenda wird dann ja auch im selben Jahr wie Harry nach Hogwarts eingeschult und sie landet genau wie Harry auch in Gryffindor. Passt das? Oh, ich war super hin und her gerissen, ne? Echt? Okay, schieß los. Also für mich war Slytherin und Ravenclaw irgendwie außen vor. Dann habe ich noch überlegt, ob Hufflepuff irgendwie hinkommen würde. Aber dann dachte ich mir so, hä, aber dieses Treue, was die Hufflepuffs so haben, das sehe ich in Lavenda einfach auch irgendwie nicht. Aber ich sehe auch nicht diese typischen Gryffindor-Eigenschaften, diesen übermäßigen Mut und diesen Ruhm und so. Das sehe ich halt bei Lavenda auch irgendwie nicht. Nee, gar nicht. Aber dann dachte ich, naja, es ist halt irgendwie so ein Beifang, was halt auch noch, kann ja nicht nur Harry, Hermine, Ron da rumlaufen oder so ein Neville, der so eine krasse Verwandlung durchmacht. Da muss halt auch so ein bisschen Beiwerk dabei sein und das ist dann halt Lavenda. Ja, ich habe mir auch gedacht, im Grunde passen einfach alle anderen Häuser noch weniger. Sie ist nicht gutherzig wie ein Hufflepuff, sondern sie ist eher so dramatisch. Sie ist nicht gerissen wie so ein Slytherin, weil sie einfach eben nicht tiefgründig genug dafür ist. Sie ist auch nicht clever wie ein Ravenclaw. Sie ist bedingt mutig vielleicht, aber es passt einfach alles andere noch weniger. Ja, genau. Also das war so auch das Ausschlussverfahren, was ich da benutzt habe. Ja, und sie teilt sich dann den Schlafsaal mit Hermine, Pavati und zwei weiteren Gryffindor-Mädchen, die wir nicht beim Namen kennen, die es aber wohl geben muss. Und die scheinen aber auch bei ihr wahrscheinlich keine große Rolle zu spielen, weil sie sich ja hauptsächlich mit Pavati anfreundet. Und die beiden werden schnell zu Best Friends. Forever. Ja, und mit Hermine kommt sie ja nicht so unbedingt gut klar, aber Hermine ist ja auch gerade am Anfang sowieso eine Außenseiterin und auch schwierig. Deswegen wundert uns das jetzt nicht sonderlich. Ich finde, dass Pavati und Lavenda auch so richtige Mädels sind, also so von Anfang an. Die tuscheln ja auch viel und kichern dann so unnötig. Und ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass sie so dann so ein Ranking gemacht haben, wer ist der bestaussehendste Gryffindor, wer ist der bestaussehendste Slytherin und halt so richtige Mädchensachen. So das komplette Gegenteil von dem, was Hermine macht. Hermine liest und bildet sich weiter und freundet sich mit den Jungs an und macht halt… Er lebt Abenteuer und sowas. Ja, genau, und macht halt auch so einen sehr reifen Eindruck und die beiden, die machen halt so richtige Teenage Girls und das finde ich eigentlich auch cool. Das ist einfach nochmal diese Vielfalt auch in Hogwarts, dass es von allem, was dabei ist und ich finde, es muss nicht jeder mit 11, 12, 13, 14 sehr kluge, erwachsene Entscheidungen treffen. Und da finde ich Pavati und Lavender eigentlich ein gutes Duo. Ja, das zieht sich auch die ganzen Jahre entlang eigentlich bis kurz vor knapp, wenn es aber so richtig ernst wird, dass die beiden ja so ein bisschen einfach unreif und albern sind. Ja, und unzertrennlich vor allem. Ja. Im Grunde fällt Lavender ja die ersten Bücher überhaupt nicht auf. Sie wird auch wenig genannt, eben höchstens, wenn die halt irgendwie tuscheln und kichern. Und im Grunde ist das Verhalten gerade für die Jungs, also Harry und Ron, eher nervig. Ja, klar. Es ist ja auch für Lehrer und so nervig, wenn da immer so zwei da so rumsitzen. Ja. Also ist auch Quatsch, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir von allem ein bisschen was da haben. Das stimmt. Ja, das ist ja auch irgendwo normal, dass es auch solche Leute gibt. Und im zweiten Schuljahr nimmt Lavender am Duellier-Club von Lockhart teil. Finde ich schon crazy, dass sie da überhaupt mitmacht. Ja, aber das ist doch klar, warum sie da mitmacht. Ja klar, weil die total einen Crush auf Lockhart hat. Und ich finde es total geil, weil das so eine Parallele ist, die sie mit Hermine teilt, die ja eigentlich komplett gegensätzlich sind. Aber die ist ja wirklich hin und weg und sie reicht ihm dann ja sogar seinen Zauberstab, als Snape Lockhart dann entwaffnet. Ja. Und ich meine, Snape hat Lockhart gerade entwaffnet. Auch wieder sehr hohe Kompetenz, die er da aufweist. Aber auch das hindert Lavender natürlich nicht daran, ihn weiter anzuhimmeln. Als ob ihr auffällt, dass Lockhart da keine gute Figur gemacht hat. Das ist so traurig. Also. Ja gut, aber die sind auch erst im zweiten Schuljahr und da lernt man ja viele Sachen noch, also. Ja, und sie ist geblendet vor Liebe. Ja. Ja, im dritten Schuljahr beginnt sie dann wie Harry mit pflegemagischer Geschöpfe und auch mit Wahrsagen natürlich. Als Trelawney dann den Grimm sieht, weiß sie übrigens nicht, was das ist, was eigentlich ja nur Harry und diese, die Muggelgeborenen nicht wissen. Reihenblüter wissen das eigentlich schon. Also bisher hatte sie offenbar keinerlei Berührung damit. Ihre Eltern haben so wahrscheinlich alles Böse von ihr so ferngehalten und sie bloß nicht mit irgendwas konfrontiert. Ja, aber sie ist ja auf jeden Fall ein sehr großer Fan von Wahrsagen. Ja. Und es ist einfach die beste Stelle, die kommt zwar ein bisschen später eigentlich, wo die halt über die Planeten reden und sie dann irgendwie Uranus auf ihrem Board da gefunden hat und so. Und dann total begeistert zu Trelawney sagt, aber es ist eigentlich nur im Englischen lustig. So von wegen, oh hier, ne, my Uranus und so. Oh ja. Und dann sagt Ron halt so, can I see your Uranus too? Und das ist halt your anus. Ja. Das ist halt einfach schon ein sehr geiler Spruch von Ron, der halt leider nur im Englischen wieder lustig ist. Aber ich lieb's. Ja, ist auch lustig. Ich lieb's wirklich. Ich bin versaut. Ja, aber Trelawney kündigt dann ja Lavender an, dass ein Ereignis am 16. Oktober passiert, wovor sie große Angst hat und tatsächlich stirbt dann später ihr Kaninchen zu diesem angekündigten Moment. Allerdings erreicht sie dann ja eigentlich nur an diesem Tag die Eule. Also müsste dieses Kaninchen laut Hermine dann ja eigentlich schon vorher gestorben sein. Aber diese Skepsis, die Hermine da einbringt, die kümmern Lavender eigentlich gar nicht, weil sie glaubt ja total an Trelawneys Vorhersage. Auch wenn sie eigentlich ja auch gar keine Angst hatte, dass Blinky sterben könnte, weil der war ja noch recht jung. Ja, war ja nicht vorauszusehen, aber Lavender stößt es ja auch total übel auf, dass Hermine quasi versucht, sehr rational an die Sache ranzugehen, weil Lavender wirklich dringend daran glauben wollte, dass es vorhergesehen ist und dass es Schicksal war. Denn Lavender glaubt an Schicksal und all diese Trelawney-Sachen quasi und da ist Hermine natürlich dann, wie sie das formuliert hat, einfach ein rotes Tuch. Und das jetzt, obwohl also Lavender und Hermine ja noch gar keinen so einen Konkurrenzkampf haben sollten, weil Ron ja noch keine Rolle spielt. Ja, höchstens in Bezug auf ihre Persönlichkeit, weil sie einfach so unterschiedlich sind. Ja, ja, genau. Aber eigentlich könnten die ja auch einfach, also Hermine hätte sich auch sparen können, weil sie wusste ja, dass sie mit dem nichts anfangen können. Ja, das stimmt. Aber das Ding ist, dass beide sozial gesehen nicht die beholfensten Leute sind. Also Hermine eckt ja häufig an, weil sie nicht genau versteht, wie sie sich in solchen Situationen verhalten soll. Und auch Lavender ist jetzt nicht die klügste und diplomatischste in solchen Situationen. Deshalb da ähneln sie sich ja dann doch irgendwie wieder. Ja, voll. Und im Grunde will Hermine da auch irgendwie wieder so nur belehren und quasi andere davon überzeugen, dass ihre Sicht bezüglich Wahrsagen die einzig wahre ist. Was ja Quatsch ist, weil Lavender ja wirklich sehr stark daran glaubt, mit Parvati zusammen. Ja, ja, Lavender interpretiert ja dann später auch, als Hermine Wahrsagen dann ja abbricht, dass Trelawney auch das vorhergesagt hat, weil sie ja irgendwie gesagt hat, um Ostern rum verlieren wir jemanden. Was ja erst mal so auf Tod bezogen wird, aber dann ist es so, nee, Hermine ist ja gegangen. Aber ich denke mir halt immer so, ja, wenn man, wenn man es will, dann kann man theoretisch alles interpretieren. Wir machen ja nichts anderes. Ja. Vor allem in der Traumfolge, dieser Sonderfolge. Ja, genau. Klar, wenn man es will, das ist ja wie beim Horoskop auch, du kannst aus allem was Passendes lesen. Klar. Also Stiere, ich bin ja einer, sind ja häufig unflexibel und ich bin ziemlich unflexibel. Aber Stiere sind ja auch so aufbrausend und das kann ich auch sein. Also irgendwie kommt das immer hin und es steht bei Stier immer überall, egal ob ich irgendwie so eine TV-Zeitschrift lese oder ob ich, keine Ahnung, irgendwas auf Instagram lese, irgendwas in meinem Horoskop stimmt immer und dann denke ich mir so, oh cool. Und dann denke ich mir so, so ein Scheiß, weißt du, wie viele Stiere das auch lesen? Ja, das stimmt. Wenn, dann musst du es zusammen mit deinem Aszendenten lesen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also weißt du, so tief stecke ich in diesem Horoskop-Quatsch nicht. Was ist denn dein Sternzeichen? Ich bin Löwe. Oh. Aber ich bin eigentlich nicht so der Anführertyp. Ich bin aber faul und Löwen stelle ich mir auch immer faul vor. Ich kenne ehrlich gesagt so Horoskope von mir gar nicht. Ich lese die sehr selten. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. Also Löwen sind stark und von sich selbst überzeugt und hat auch kein Problem, das zu zeigen. Energetisch und beharrlich setzt er sich fest entschlossen für seine Ziele ein. Er ist besonders begeisterungsfähig und kennt kein Nein. Antonia, nein. Ja, das ist, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. In manchen Dingen schon. Also doch, ich sage mal so, wenn ich eine Meinung habe und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dann lasse ich mich wirklich nicht umstimmen. Da kriegst du auch immer so einen komischen Ton und so einen Blick. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Das braucht man ja auch, um sich durchzusetzen. Ja, ja. Doch, das stimmt schon. Ich bin sehr konsequent in meinen Entscheidungen. Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann lasse ich mich da auch selten irgendwie umstimmen von. Stiere sind nämlich treu und warmherzig, sensibel und großmütig und doch selbstbewusst stolziert er positiv durchs Leben. Das ist auch Quatsch. Ich stolze überhaupt nicht. Ich glaube normal. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr so für Sternzeichen seid. Dann können wir ja mal gucken, was so unter euch alles ist. Wo sind die Slytherin-Löwen? Das passt gar nicht. Ich bin ja Gryffindor der Löwe. Nimm die Ravenclaw-Shtiere zu mir. Gruppe Ravenclaw-Shtiere. Naja, das war ja doch ein netter Ausflug. Schön. Dann kommen wir mal zurück, oder? Wo sind wir denn gerade? Ja. Zum vierten Schuljahr. Ja, im vierten Schuljahr findet ja das Trimagische Turnier statt. Naja, sie nimmt jedenfalls nicht am Trimagischen Turnier teil, aber dafür geht sie zum Weihnachtsball. Ja, genau. Mit Seamus Finnegan. Läuft da vielleicht was? Läuft da was zwischen Seamus und Lavender? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben es versucht. Und wahrscheinlich, ich kann es mir halt so richtig vorstellen. Ja. Ich meine, im Grunde wissen wir ja nicht viel über ihr vorheriges Liebesleben. Aber sie ist ja so eine Tuschlerin. Und wahrscheinlich reden die auch immer so, ja, und wen findest du gerade cute und so. Und die standen wahrscheinlich mal so auf jeden. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht hat Seamus zu der Zeit so ein bisschen Interesse gezeigt. Und dann nutzt man das natürlich sofort. Aber vielleicht war das so ein Creep-Date, weißt du, wo du im Nachhinein 20 Jahre später dir überlegst, boah, das hättest du ja auch sparen können. Bei pflegemagischer Geschöpfe ist sie zwar nicht so zu 100 Prozent begeistert, aber immerhin hilft sie ja Hagrid dann und den Gryffindors, die Kröter wieder einzufangen. Die sind irgendwie ausgebrochen, während sich die Slytherins ja verstecken. Also immerhin da zeigt sie noch ein bisschen Loyalität Hagrid gegenüber. Das verschwindet ja auch später dann immer mehr, was ja ein bisschen schade ist eigentlich. Und auch nicht so richtig verständlich, weil, also ich glaube, dass sie auch einfach hätte weiterhin hilfreich sein können, dazu stehen können. Also ich meine, ja. Ja, auch Hermines Sympathie ist ja in diesem Schuljahr ganz deutlich, weil im Unterricht vom falschen Moody, als dieser die unverzeihlichen Flüche präsentiert, da springt Hermine dann ja für Neville ein, aber eben nicht für Lavender und diese muss dann ja unter dem Imperius-Fluch unter anderem ein Eichhörnchen nachahmen. Ja, sehr erniedrigend und echt bitter eigentlich. Und ich frage mich auch, warum Hermine… Warum da keiner einspringt. Naja, genau. Aber Hermine hat es ja schon quasi, wissen wir ja aktiv, dass ihr das übel aufgefallen ist, dass Bartikrod schon ja, also Moody in dem Fall, diese Art von Unterrichtsmethodik an den Tag legt. Und dann denke ich mir, könnte es doch für Hermine, die für Elfen einsteht dieses Jahr, also die ist ja schon eigentlich richtig so im Kampfmodus. Da frage ich mich halt, warum sie dann bei Lavender da jetzt nicht durchzieht und sagt so, lassen sie das sein, stoppen sie das, was auch immer. Weil es ihr ja nicht recht sein kann. Also so sehr kann sie sie ja nicht hassen. Also dürfte ja kein Hass im Spiel sein zwischen den beiden, höchstens Unsympathie. Lavender ist ja auch nicht die Einzige. Also ich meine klar, das mit dem Eichhörnchen ist vielleicht ein bisschen heavy, weil andere oder Harry muss ja zum Beispiel nur auf den Tisch springen oder so. Aber im Grunde geht es ja allen so, auch Hermine muss ja da ja Sachen machen, die sie nicht machen will. Also im Grunde geht es ja nicht mehr um den Einzelfall Lavender bezüglich Sympathie oder so, sondern es geht ja wirklich eigentlich darum, sich gegen diese ganze Methodik mal auszusprechen. Aber gut, das traut sich dann ja irgendwie anscheinend keiner. Ja, genau. Ich finde, dass Lavender eine sehr gute Anwärterin wäre für einen zweiten Vorsitz im Belfar-Club, weil ich finde, dass zu Lavender dieses, ich rette süße kleine Viecher, eigentlich ganz gut passt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Hermine zu stolz gewesen wäre, Lavender einzuladen, mitzumachen. Ja, und ich glaube, Lavender ist zu dem Zeitpunkt schon so, boah, Hermine ist komisch, die macht komische Sachen. Also egal, was Hermine machen würde, sie fände es wahrscheinlich irgendwie strange. Aber eigentlich finde ich, dass sie in diese Richtung schon passt. Das stimmt. Wobei sie ist ja Reihenblüterin, vielleicht kennt sie es so wie Ron, auch nicht anders und für sie ist es normal. Ja. Wissen wir alles nicht. Ja, das stimmt auch, ja. Aber das ist mir so gekommen. Ja, im fünften Jahr wissen wir, dass Lavender dem Ministerium glaubt. Ich meine, klar, sie ist ja auch irgendwie vorbelastet durch ihre Eltern und ihr Umfeld ja sowieso. Aber sie hat ja im Jahr vorher Dumbledores Worte gehört, als Cedric da gestorben ist. Und sie kennt Harry ja sogar eigentlich ziemlich gut. Aber sie lässt sich da so vom Tagespropheten manipulieren und glaubt ihr dann alles, was der schreibt und so. Und ich finde sie da schon sehr, sehr leichtgläubig, um nicht gar zu sagen, naiv. Ja, das finde ich auch. Es ist aber, glaube ich, auch, ich meine, Seamus hat ja auch seine Probleme und wenn Lavender und Seamus jetzt nach ihrem merkwürdigen Date beim Weihnachtsball, wenn sie das überwunden haben, ein Jahr später, dann kann es ja sein, dass die sich dann auch so ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt haben, ne? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es macht ja auch Sinn, dass sie nicht zwingend eine eigene Meinung sofort bildet, wenn sie etwas hört, sondern sich erstmal links und rechts so ein bisschen umhört und dann quasi das nimmt, was gerade irgendwie so ein bisschen on vogue ist und was irgendwie Sinn ergibt. Und was sie vielleicht auch versteht. Also ich finde nicht, dass sie dumm ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie viele Dinge einfach nicht so umreißt und nicht so reflektiert. Und deshalb finde ich das schon stimmig, dass sie Harry nicht von Anfang an glaubt, sondern erst da auch durch dieses Wirrwurm muss, um sich zu sortieren. Ja, und ich meine, das ist ja schon wieder das beste Beispiel, weil erst als Ernie McMillen Harry bekundet, dass er ihm glaubt und der tut sich ja immer so wichtig, da scheint Lavender ja nochmal drüber nachzudenken. Vorher hat sie dann irgendeinen Glauben von irgendwem übernommen, vielleicht Seamus, vielleicht ihren Eltern, wir wissen es nicht. Und sie lässt sich dann aber sehr leicht lenken und vielleicht hat ja auch Pavati sie dann so ein bisschen überzeugt, weil sie glaubt ja Harry und dann wiederum glaubt Lavender ja irgendwann auch Pavati, dass Harry die Wahrheit sagt. Also sie kommt nie von selbst auf die richtigen Schlüsse. Ja, genau. Sie muss immer einen Anstupser von irgendwem bekommen. Sie wird ja auch Teil der DA, aber auch hier habe ich mich gefragt, ist das nur, weil da ihre Freunde sind, weil es vielleicht gerade innen ist zu rebellieren? Weil sie ist ja kein Slytherin, da wäre sie vielleicht dann im Inquisitionskommando. Und so ist es vielleicht einfach so, weil halt einfach alle gerade da mitmachen. Ja, irgendwie mit Umbridge und so versteht sich ja eh keiner, da will man sich ja vielleicht auch so ein bisschen gegensetzen. Und klar, vielleicht will sie ja auch ihre Prüfung bestehen und weiß, dass das eben unter Umbridge auch nicht möglich ist. Ja, und da zeigt sie einfach wieder mal, was für so ein Mitläufer sie ist. Ja, das finde ich auch, wobei ich mir vorstellen könnte, dass sie durchaus bemerkt, dass die Stimmung in Hogwarts allgemein dunkler geworden ist. Ja, das ist klar. Spätestens dann, wenn Dumbledore auch weg ist. Aber sie braucht halt immer erst ein größeres Ereignis, dann muss darüber gesprochen werden und dann kann sie irgendwann eigene Rückschlüsse ziehen. Deshalb ist sie, glaube ich, auch so eine Mitläuferin. Und wie du gesagt hast, wenn sie ein Slytherin wäre, würde sie da mitmachen und wenn sie ein Hufflepuff wäre, würde sie im Chor singen. Und also ich glaube, sie macht immer das, was man von ihr auch erst mal erwarten würde. Genau, dieser Einfluss vom Umfeld ist total entscheidend. Ich habe mir nämlich überlegt, was wäre passiert, wenn Lavender in Slytherin gelandet wäre? Also das habe ich mich nicht gefragt, aber wenn ich so spontan darauf antworten müsste, könnte ich mir vorstellen, dass sie eine gute Todesserin abgegeben hätte, wenn sie in diese richtigen Kreise gezogen worden wäre, weil sie es einfach mitgemacht hätte. Ich glaube es nämlich auch. Sie ist jemand, die bildet sich überhaupt keine eigene Meinung, basierend auf irgendwelchen Erfahrungen oder Gedanken, die sie sich macht. Sie macht das, was andere gerade machen. Das schreit ja quasi nach Todesser. Ja, genau. Und im Grunde hat der sprechende Hut einfach einen Todesser verhindert, indem er sie nach Gryffindor gesteckt hat und sie einfach quasi auf die andere Seite gerutscht ist, indem ihre Freunde auf die andere Seite gerutscht sind. Ja, er hat maßgeblich dazu beigetragen. Ja, dass sie kein Todesser geworden ist, weil ich glaube, dass gerade jetzt auch zu den Kriegszeiten, dass bei der Schlacht von Hogwarts als entschieden werden musste, wer möchte auf Voldemorts Seite wechseln und wer nicht. Lavender wahrscheinlich schon die vermutlich einfachere Seite gewählt hätte und dadurch, dass sie Slytherin kannte und das Gedankengut, sie ist rein blütig, könnte ich mir vorstellen, dass sie das sofort gemacht hätte, weil sie das auch gar nicht aus bösem Antrieb gemacht hätte. Ja, aber nicht als Erste, sondern erst, wenn so ein Paar schon den Schritt gewagt hätten und dann wäre sie denen gefolgt. Ja, genau. Ja. Stell dir vor, sie wäre mit Pansy Parkinson befreundet gewesen. Pansy wäre da mit rübergegangen, wäre sie mitgetippelt. Und jetzt hat sie eben Pavarti und sie hat auch Seamus. Das ist eigentlich das Beste, was ihr passieren konnte. Ja, genau. Und sie hat ja auch irgendwie immer so ein bisschen Einfluss dann auch von dem, was Harry so tut. Und dieser, gerade dieser Jahrgang von Gryffindor ist ja auch sehr von Harrys Erlebnissen quasi gezeichnet und das ist vielleicht wirklich Lavenders Glück. Und ich finde es spannend, dass du das so dir überlegt hast, ja. Ich finde das richtig krass. Ja, und sie ist ja zudem auch noch ziemlich oberflächlich, weil sie sich in diesem Schuljahr über Lunas Ohrringe lustig macht. Und irgendwann kommentiert sie sogar auch mal Hedwig, weil sie die Eule so hübsch findet, wo ich mir auch denke, okay. Wenn sie was anderes gesagt hätte, wäre ich jetzt ausgeflippt. Hedwig ist schön. Naja, jedenfalls, ja, finde ich, spricht das alles für einen eben nicht sehr tiefgründigen Charakter. Und in dem Schuljahr ist es ja auch ganz offensichtlich, dass sie eben pflegemagischer Geschöpfe zwar mag, aber eben nicht Hagrids Monster, sondern den Unterricht von Professor Raue Pritsche, den die Schüler ja am Anfang dann haben, weil Hagrid noch nicht da ist. Und eben diese guten magischen Tierwesen, vor allem die Einhörner und sowas. Und das finde ich echt schade, weil sie irgendwie ja keine richtige Loyalität zu Hagrid beweist und nicht mal sagt, ja, okay, Hagrids Unterricht ist das eine und Hagrid ist das andere. Sondern, keine Ahnung, ich finde es echt so, kommt so rüber, als hätte sie auch so ihre Vorurteile gegenüber Hagrid. Hat sie ja vielleicht auch durch Rita Kim Korn im Jahr vorher sich schon aufgebaut. Und das finde ich echt ziemlich schade als Gryffindor. Ja, genau. Ja, genau. Als Gryffindor finde ich es relativ unverzeihlich. Ich meine, ich bin selber nicht der größte Fan von Hagrid, aber gerade die Gryffindors sollten da schon zusammenhalten. Und knallrümpfige Kröter finde ich zum Beispiel witziger als Einhörner. Ja, sie nicht. Sie ist halt girly girl girl. Ja, schade. Naja, aber dann wird ja auch Trelawney gefeuert. Also Umbridge feuert sie ja. Die Vertretung von Trelawney lehnen Pavati und Lavenda aber auch gar nicht ab. Das ist nämlich Firenze, das ist ja der Zantau. Und der sieht sehr gut aus. Und obwohl er halb Mensch, halb Pferd ist, haben sie mal wieder einen kleinen Crush. Ja, wenn sie eh auf Einhörner steht. Also die trösten sich da schon ganz gut drüber hinweg, dass Trelawney quasi nicht mehr ihre Lehrerin ist. Die bringen ihr zwar noch so Blumen zum Trost vorbei. Ja, genau. Aber dann sind sie vollkommen fokussiert auf Firenze und dadurch erfährt sie ja auch erst, dass auch andere Zentaure noch im Wald leben. Also auch da wieder sehr beschränktes Sichtfeld, finde ich. Also kein besonders großer Blickwinkel, irgendwie wieder nur sehr auf sich selbst bezogen. Also sie sieht nur das, was sie selbst interessiert und sie hat sich halt vorher nie mit anderen Wesen auseinandergesetzt. Ja, aber auch hier nochmal, guck mal, eigentlich liebt sie ja Trelawney, aber auch hier ist sie wieder überhaupt nicht loyal ihrer Lehrerin gegenüber, wie bei Hagrid. Ja, nur so ganz kurz mal. Und ist sofort abtrünnig. Genau, einfach mal kurz so. Und schon ist der, der als nächstes ist quasi die Nummer eins. Und vor allem, obwohl Firenze ja ziemlich über dieses Wahrsagen, was Trelawney macht, ablästert und sagt, das ist kein richtiges Wahrsagen. Und da war sie ja eigentlich immer so voll all in und stand sie total hinter. Und das war ja auch das Wahrsagen, was sie geliebt hat. Und jetzt kommt da irgendein Pferd daher und erzählt ihr was anderes und jetzt ist sie plötzlich seiner Meinung. Das war politisch nicht korrekt, aber ja. Das ist halt, weiß ich nicht, so ein bisschen Fähnchen im Wind. Ist halt schade. Und sie ist halt einfach wirklich ein richtiger Teenager mit all diesen Unsicherheiten und diesen, ach, wo man nicht genau weiß, wo gehört man hin und wo will man hin und was erwartet einen. Und sie ist halt auch irgendwie ein kleiner Drama-Green ja irgendwie. Ja, im sechsten Schuljahr wissen wir, dass entweder ihre ZAGs nicht besonders gut waren oder sie vielleicht schon einen konkreten Wunsch hatte für ihren späteren Beruf, weil sie nämlich Zaubertränke offenbar nicht gebraucht hat oder eben nicht gut genug war, weil sie diesen Kurs nach den ZAGs im sechsten Schuljahr nicht mehr besucht. Aber dafür ist sie in Verteidigung gegen die dunklen Künste und in Zauberkunst und Verwandlung und wahrscheinlich ja auch Wahrsagen. Das wird ja ihr bestes Fach sein. Ja, aber zu Beginn dieses Schuljahres verknallt sich Lavender in Ron. Ich weiß jetzt nicht, warum genau in diesem Moment, das habe ich mich schon immer gefragt, es gab auch vorher Momente, aber es ist ja am Anfang auch nur so unterschwellig. Ja, so eine Schwärmerei. Sie grünzt ihm mal zu, genau. Und Ron findet das ja dann auch anfangs total toll und Harry beschreibt dann auch so, dass er so einen ganz, also einen viel stolzeren Gang bekommt, also Ron. Ja, ihm tut das ganz gut. Und zwinkert Lavender dann auch mal so süß zu, dann denke ich mir so, oh Gott, wie unangenehm. Also ich würde dieses Schauspiel gerne nicht sehen, aber im Prinzip findet sie ja auch wirklich alles toll, was er macht und ist so offensichtlich hin und weg und begeistert von dem, was Ron so macht. Und wenn er nur, keine Ahnung, sich durch die Haare wuschelt wahrscheinlich. Aber ich finde es wirklich merkwürdig, dass sie sich schon fünf Jahre kennen und da wirklich niemals ein Ansatz war. Ja, die haben ja auch einfach gar keine Gemeinsamkeiten. Es ist einfach wirklich nur, keine Ahnung, im ersten Jahr stand sie ja auf Harry, im zweiten Jahr stand sie auf Seamus. Ne, also im dritten Jahr stand sie vielleicht auf Dean, im vierten auf Cedric, im fünften auf Draco. Oh nein, und du weißt, was ich meine. Ja, jedenfalls finde ich es auch sehr übertrieben und vor allem auch dieses, es ist einfach nur noch unangenehm, weil sie dann ja auch über alle seine Witze lacht. Also wäre es total lustig. Ich meine, Ron ist lustig, aber ja, fand sie vorher nicht lustig, seine Uranus-Witze. Ja, genau. Und ja, sie ist da ja schon sehr auffällig. Ich meine, ich finde es ja voll gut, dass sie da sehr offensiv ist und sich auch so offensiv an ihn ranmacht, weil Ron ist einfach komplett unfähig. Der hätte ja wahrscheinlich nie von sich aus irgendwas gestartet. Von daher muss sie dann ja irgendwie das Ruder in die Hand nehmen, was das angeht. Aber sie ist ja in der gesamten Beziehung schon sehr, sehr emotional, sehr herzgeleitet und unvernünftig und auch vor allem echt dramatisch. Ja, aber es dauert ja dann ein bisschen, bis sie zusammenkommen. Das ist ja erst nach diesem Quidditch-Spiel, wo Lavender Ron dann küsst. Ja, da beginnt das Ganze. Ja, da machen die ja so richtig krass rum, Gemeinschaft zu bauen. Und dann ist ja das erste Mal, dass Hermine richtig in Rage kommt quasi. Ich meine, Ron geht ja die Beziehung eigentlich auch nur an, weil er mal so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ja, genau. Und Lavender verkörpert halt eben das typische Mädchen, so ein bisschen kitschig, total verliebt, so all in, die klebt voll an ihm. Und sie ist ja auch sehr besitzergreifend und verhält sich ziemlich kindisch teilweise auch, weil sie halt auch einfach sehr gerne im Mittelpunkt steht. Und das findet er ja auch irgendwann ein bisschen nervig, weil eigentlich das ja überhaupt nicht zu ihm passt. Ja, aber ich erinnere mich an das Gespräch von Ron und Ginny, wo sie gesagt, also wo Ginny Ron vorgeworfen hat, dass er die Erfahrungen eines Zwölfjährigen hat und das stimmt. Und deshalb finde ich es auch nicht schändlich, dass Ron diese Aufmerksamkeit gut findet und sich quasi ein bisschen ausprobiert. Ich meine, dafür sind diese Teenager-Jahre ja eigentlich auch da. Und das Einzige, was ich so ein bisschen nervig finde, ist, dass Hermine da so plötzlich wirklich, also von 0 auf 100 diese unfassbar schlechte Laune bekommt. Ich meine, Ron geht die Beziehung ja eigentlich auch dann ein, erstens um Erfahrungen zu sammeln, klar. Und vielleicht auch um Hermine vielleicht ein bisschen eifersüchtig zu machen. Das weiß Lavender ja natürlich nicht. Also ich kann mir nicht forschen, dass Hermine mal irgendwie ihr erzählt hätte, dass sie Ron gut findet. Nee, nee. Genauso, auch andersrum. Und da finde ich es eigentlich auch okay, weil Hermine Lavender ja eigentlich nie dafür verantwortlich macht. So von wegen, du machst dich jetzt an den Typen ran, den ich gut finde, sondern denjenigen, auf den sie sauer ist, das ist Ron. Und eigentlich, also gibt es jetzt keinen konkreten Streit zwischen Lavender und Hermine, zumindest nicht von Hermine ausgehend. Nee, aber ich finde die Stimmung, also würde Hermine einfach diese bittere Pille ein bisschen ruhiger schlucken. Und auch sie ignoriert Ron ja dann auch. Ja, das ist schon sehr krass. Sie schießt immer gegen Ron und Lavender ist ja meistens auch in der Nähe. Die kriegt das schon mit. Also es ist ja nicht so, als würde Lavender das nicht auch abbekommen. Und dann denke ich mir immer so, wenn Hermine da einfach ein bisschen lockerer und cooler gewesen wäre, dann hätte Ron vielleicht auch ein bisschen unbeschwerter diese Beziehung einfach noch einen Augenblick länger genießen können. Weil ich meine, es geht ja dann auch bergab und zwar... Rapide. Aber ich glaube auch, dass Hermine in dem Moment nicht so weit blicken konnte, dass sie sich hätte denken können, dass das keine Beziehung für die Ewigkeit ist. Ja, ja, klar. Also sowas, was wir jetzt direkt sehen, dass das halt einfach nur so ein bisschen Fun ist und dann ist auch Jude, das sieht Hermine natürlich in dem Moment noch gar nicht. Ja, das sehe ich auch alles. Aber ich hätte Ron durchaus ein bisschen mehr und ein bisschen lockereres Glück gewünscht. Ja, aber das ist mit Lavender auch einfach nicht möglich. Ich meine, die ist ja echt immer so, die gibt ja 150 Prozent, sage ich mal. Und sogar Pavati und Harry finden das ja echt unangenehm. Und das Schlimmste ist ja wohl auch diese Kette, die sie ihm dann Weihnachten schenkt. Da steht Sweetheart drauf. Und Ron findet das ja zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht mehr so spannend. Und die Beziehung fängt dann ja auch extremst an zu bröckeln. Das stimmt. Und das bemerkt Lavender natürlich auch. Und dann wird sie ja auch so aufgebracht, als Ron dann vergiftet wird mit diesem Liebestrank. Beziehungsweise dem Mäd vor allem dann. Genau, und immer wenn sie dann, wenn sie ihn besuchen möchte im Krankenflügel, stellt Ron sich schlafend. Das ist so assi, ey. What the fuck? Das ist wirklich assi. Und es kommt, glaube ich, so weit, dass Harry zu Ron auch sagt, so boah, jetzt hör auf, dich immer schlafend zu stellen, wenn sie kommt. Weil sie labert mich die ganze Zeit zu. Weil Lavender dann nämlich aus der Not heraus, weil ihr Freund immer schläft, wenn sie kommt, mit Harry quatscht. Ja, sie ist ja seine Freundin. Und ob die mal über diese Beziehung reden und was Ron denn meint und ob da was falsch läuft. Und Harry ist einfach super genervt und sagt dann auch nur so, ja, sag ihm das doch einfach. Ich gehe jetzt zu Cormac, weil der wollte mit mir über Cormac reden. Das ist so ein richtiges Ghosten. Nur ohne Handy. Ja, ohne WhatsApp. Aber ich finde es ein bisschen krass, weil das ist ja auch das Zitat vom Anfang, dass sie da Hermine vorwirft. Hermine würde sich jetzt erst für Ron interessieren, weil er halt interessant geworden ist, nachdem er vergiftet wurde. Und das finde ich schon einen ganz schön harten Spruch, weil ich mir denke, Hermine und Ron sind wirklich schon sehr, sehr lange, sehr, sehr eng befreundet. Und sie mag Hermine jetzt vielleicht vorwerfen, dass sie erst jetzt auf ihn steht. Aber im Grunde musste sie diese Eifersucht ja vorher schon bemerkt haben, vor dieser Vergiftung. Also es ist wirklich, finde ich, ein Spruch, der überhaupt nicht angebracht ist. Ja. Es mag ja sein, dass sie ihr Herz schon am rechten Fleck hat, aber mit dieser Art, finde ich, ist sie einfach super nervig und super unangenehm. Dass Ron sie da ignoriert, ist natürlich auch nicht die richtige Methode, das Ganze zu beenden. Und er macht es sich da ja auch sehr leicht. Eines Tages sieht Levin da ja dann Ron und Hermine zusammen aus dem Schlafsaal kommen. Harry ist versteckt unter dem Tarnumhang. Und sie denkt dann natürlich, dass zwischen den beiden was läuft, weil in ihren Augen sind die ja alleine unterwegs. Und deswegen macht sie dann Schluss. Und Ron ist halt so ein Schisser, der sich nicht getraut hat, es von sich aus zu beenden, obwohl es für ihn ja schon lange eher unerträglich geworden ist. Und schiebt es dann halt vor und ist dann auch ziemlich erleichtert darüber, wo ich mir denke, ja, der hat sich halt jetzt schön leicht gemacht. Levin da hat ein gebrochenes Herz, weil sie halt einfach wirklich denkt, sie wurde betrogen. Das finde ich eigentlich voll nicht korrekt. Und er hat es auch nicht für notwendig gehalten, das aufzulösen. Und vor allem auch Hermine hat das nicht für notwendig gehalten, das aufzulösen. Also im Prinzip sind Ron und Hermine da gleich schlimm gegenüber Lavender, weil ich finde, das hat sie auch nicht verdient an diesem Punkt. Nee, das ist total assi. Man könnte ja dann auch einfach mal ehrlich sein. Ich meine, ich finde, dass Ron sich so, wie er sich jetzt verhalten hat, viel mehr zu schulden lassen kommt, als wenn er einfach sagt, du, das war eine coole Zeit. Du hast bemerkt, ist ein bisschen komisch geworden zwischen uns. Ich würde das jetzt gerne beenden. Ja, und das kann Ron halt nicht. Und Lavender muss dann halt den Kürzeren ziehen. Das ist echt unfair. Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie noch dazu gekommen ist, Schluss zu machen, bevor ihr das auch noch abgenommen worden ist. Also, dass sie quasi, auch wenn es natürlich nicht so war, aber sie hat diesen Betrug ja gefühlt, nehme ich an. Ja, stimmt. So, dass sie wenigstens quasi noch das Badass am Ende war und gesagt hat, boah, hau ab, du Idiot. Dass sie da halt auch stark genug war und dann nicht irgendwie das über sich hat ergehen lassen, in der Hoffnung, es wird vielleicht doch nochmal. Das stimmt, ja. Aber da hat vielleicht auch Pavati ein bisschen auf sie eingeredet, was auch immer. Ja, auf sie eingeredet, ja. Ja, und sie ist dann natürlich auch selbstverständlich und absolut nachvollziehbar ziemlich pissig auf die beiden. Sie funkelt Hermine dann ja immer so böse an und ist dann auch etwas dramatisch und heult bei jeder Kleinigkeit. Zum Beispiel als Ron Hermine dann mal so ein Fake-Schnee von der Schulter wischt. Das ist alles vielleicht ein bisschen übertrieben. Und seit diesem Zeitpunkt ist die Beziehung zwischen Hermine und Lavender auf jeden Fall im Keller. Und es gibt keinerlei Verbindung mehr, weil Lavender einfach auch ja sehr, sehr eifersüchtig ist. Weil wie ätzend ist das, wenn du dann abends in den Schlafsaal kommst und dann ist da so eine Eiszeit. Wenn ich Pavati wäre, würde ich sagen so, boah, einer schläft jetzt unten im Gemeinschaftsraum. Oder ich mache es. Ja, ich wollte gerade sagen. Unangenehm. Naja, und am Ende des Jahres nimmt sie natürlich auch an Dumbledore's Beerdigung teil. Dann kommen wir zu ihrem letzten Jahr in Hogwarts. Hier ist ja jetzt dieses To-Wa-Bo an der Schule. Snape ist Schulleiter. Alles ist verrückt. Todesser laufen durch die Gänge. Lavender tritt der zweiten DA bei. Genau, weil sie sich ja der Kontrolle der Todesser über die Schule widersetzen. Und das finde ich dann doch irgendwie mutig. Genau, das stimmt. Weil jetzt ist es ja viel riskanter, bei einer solchen Organisation mitzumachen als noch zwei Jahre zuvor. Das stimmt. Und ich glaube, sie merkt einfach, was für ein Privileg sie hat. Weil sie als Rheinblut natürlich absolut nichts zu befürchten hat und nach Hogwarts zurückkehren kann. Viele Freunde können das nicht. Ich meine, sie ist auch mit Dean Thomas befreundet durch Seamus gewesen, mit Sicherheit. Der darf nicht zurück nach Hogwarts kommen. Ich glaube, ihr wird gerade erst so bewusst, dass es auch eine andere Seite im Leben gibt. Und ja, was für ein Glück sie hat mit dem, wie sie aufgewachsen ist. Und das ist eben dieses Leben, was sie vorher hatte. Dieses unbeschwerte, schöne, rosa Leben. Dass es sich lohnt, dafür vielleicht auch zu kämpfen. Und auch für ihre Freunde zu kämpfen, die dieses Privileg vielleicht nicht haben. Weil, was das angeht, hatte Lavender ja eigentlich nie irgendwelche Vorurteile oder irgendwelche bestimmten konkreten Ansichten, Reinblütigkeit gegenüber. Oder dass sie irgendwie über minderes Blut irgendwie was geredet hätte oder so. Gar nicht. Nee, gar nicht, ja. Schön finde ich ja die Idee, dass sie mitverantwortlich dafür ist, dass der Raum der Wünsche als Quartier für die DA nun auch ein Badezimmer hat. Ja, finde ich auch angebracht. Zum Schminken. Naja, und am Ende kämpft Lavender ja auch in der Schlacht von Hogwarts, in der sie von einem Balkon fällt, quasi während eines Kampfes. Und der Werwolf Greyback greift sie ja dann auch an. Und jetzt kommt Hermine, die schleudert Greyback nämlich so einen Fluch entgegen und er wird so weggeschleudert. Und Professor Trelawney kann noch ihre Kristallkugel auf Greybacks Kopf fallen lassen und somit kann Lavender theoretisch gerettet werden. Es könnte aber auch schon zu spät sein. Also wie gesagt, in meinen Augen ist es eigentlich so, dass sie stirbt, weil ich finde, so viele Opfer gab es jetzt noch nicht in diesem Krieg. Warum sollte sie das jetzt überlebt haben? Ich finde es aber interessant, dass gerade Hermine den Versuch startet, sie zu retten. Die Frage wäre natürlich, hätte Lavender es andersrum auch so gemacht und Hermine versucht zu helfen? Also ich glaube, die Qualität der Hilfe wäre durchaus ein prägnanter Unterschied. Ja, ich finde, es gibt halt sehr, sehr viele Überlebende. Und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn es Lavender getroffen hat, weil ich mir denke, irgendjemand muss halt auch mal sterben. Ganz ehrlich, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe es einfach akzeptiert, wie es ist. Also ich habe nie gedacht, hoffentlich hat sie überlebt. Und ich habe auch mir, nachdem das Buch ausgelesen war, mehr als einmal nie gedacht, was ist eigentlich mit Lavender? Für mich war sie automatisch tot, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass sie hätte überleben können. Genau. Aber ich weiß, das Internet ist voll gespammt mit Ideen dazu, wie Lavender überlebt haben könnte. Ja, weil nämlich Joanne K. Rowling selber auf Pottermore dafür so eine komische Ungereimtheit gesorgt hat, indem sie irgendwie beim Todesdatum oder so mal irgendwie was irgendwie mit eventually oder so, also sehr vage ausgedrückt hat. Und dadurch kam das ja irgendwie erst zustande. Dann wurde das später dann auch noch gelöscht und damit wurden dann ja irgendwie erst recht die Gerüchte angeheizt. Weißt du, was ich am ekligsten fände? Von Greyback angegriffen zu werden. Ich finde, das ist der schlimmste Todesserangriff. Ist mir egal, ob Lucy Smell vollkommt, Bellatrix Lestrange, ich nehme sie alle, kein Problem. Aber Fendry Greyback, ekelhaft. Ja, von denen hast du wenigstens Abstand, weil die nur mit ihrem Zauberstab irgendwie rumfuchteln. Aber Greyback kommt dir halt so nah, weil er dich im Zweifel beißen will und er stinkt. Ja, genau. Meine zwei Punkte. Er will dich beißen und er stinkt. Kein Bock darauf. Wie unnötig ist das? Weißt du? Also wenn ich sterbe, dann soll das irgendein cooler Todesser gemacht haben, wobei so viele coole Todesser gibt es eigentlich nicht. Kein Greyback. Also Greyback ist bei mir unnötig. Und vor allem, dann könnte man ja auch wirklich noch dazu sagen, wenn sie überlebt hat, dann ist sie ja vielleicht sogar auch noch ein Werwolf. Das will man ihr ja eigentlich auch noch ersparen. Also von daher. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es irgendwie so war, dass manche das versucht haben, so realistisch wie möglich darzustellen. Also erst mal fällt sie darunter, dann hat sie sich wahrscheinlich Knochen gebrochen. Und so schnell wird sie nicht geheilt werden können. Dann wurde sie gebissen. Dann war das aber noch mitten im Kampf. Also es war jetzt nicht so, als wäre das Gewusel schon vorbei. Man hätte, sie hätte Hilfe vom Mungus gebraucht. Dann wäre vielleicht, Madame Pomfrey hat ja genug zu tun gehabt. Wie wäre sie so schnell dahin gekommen? Also ich weiß nicht, gibt es Krankenbesen? Bestimmt. Ja. So ein Krankentransport, wie schnell war das möglich gemacht worden? Und dann eben für Lavender, die ja jetzt wirklich nicht so eine Hauptperson im Kampf in dieser Schlacht selber war. Deshalb glaube ich, ist das schon auch ein Punkt, wo ich sage, das ist unrealistisch, dass sie überlebt hat. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe mir überlegt, dass wenn sie ein späteres Leben gehabt hätte, nach der Schlacht von Hogwarts, dass sie dann ein super unaufgeregtes Leben gehabt hätte. Und ich denke, dass sie nicht zwingend auf die Blutlinie geachtet hätte. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ein Halbblut- oder einen Muggelgeborenen geheiratet hat oder auch einen Muggel an sich, ohne dass der zaubern kann. Aber dann habe ich mir auch gedacht, bestimmt wäre sie so eine Nachbarin, wo Leute ihre Kinder abgeben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eigene Kinder hat, aber dass sie eben auch das mag, wenn andere ihre Kinder vorbeibringen. Und dass, wenn man zu Besuch kommt, dass sie immer viel kocht und backt und dass sie einfach herzlich ist und aber dann doch immer auch unterwegs ist und sich überlegt. Ja, und Sibylle hat letztens gesagt, ihr Mann, das und das. Und hast du das auch schon gehört? Hast du einen Tagespropheten gelesen? Also schon dieses Gossip und so, dass das durchaus ein Teil ihres Lebens ist. Und das ist wie so ein kleines Hobby ist, auch so ein bisschen die Nachbarschaft auszuspionieren. Ja, auf jeden Fall. Und wenn sie überlebt hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie im Ministerium gearbeitet hat, aber so als so eine unbedeutende Sekretärin. Keine Ahnung, einfach irgendwelche stumpfen Aufgaben, bei denen man nicht irgendwie selber denken muss, sondern quasi nur die Arbeit für andere ausrichtet. Einfach was, was sie geradlinig und bestimmt souverän durchführt, aber halt ohne irgendwie selber kognitiv agieren zu müssen. Ja, im Grunde ist sie einfach nur ein Teenager-Mädchen in der Pubertät, Vollpubertät. Die sich einfach sehr leicht lenken lässt, aber wahrscheinlich ihr Herz zum Glück am rechten Fleck trägt. Sie kämpft ja dann auch für ihre Freunde und ich glaube, sie hätte einen Mann verdient, der ihre dramatische Art anerkennt und ihr einfach die volle Aufmerksamkeit schenkt. Nicht so wie Ron das gemacht hat. Ja, genau. Lavender ist einfach ein Charakter, dem man ein schönes Leben wünscht. Ja, und ich danke hier an dieser Stelle nochmal dem sprechenden Hut. Danke, sprechender Hut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Schön, dass ihr wieder da mit dabei wart und wir hören uns wieder nächste Woche. Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil's so lustig war, gibt's jetzt noch ein paar Outtakes. Ja, im vierten Schuljahr findet ja das Trimagische Turnier statt. Das haben wir jetzt schon sehr häufig gesagt. Und da nimmt sie natürlich nicht teil. Aber ja, das hab ich hier so aufgeschrieben. Ganz wichtige Info. Sie hat übrigens auch nicht den Stein der Weisen gerettet. Sie war auch nicht in der Kammer des Schreckens. Und sie hat auch nicht Seidenschnabel befreit. Ich fand es wichtig zu erwähnen, dass sie nicht am Trimagischen Turnier teilgenommen hat, aber natürlich der berühmte Harry Potter. Das darfst du nicht da so stehen, hoffe ich. Ich habe hier stehen. Sie nimmt natürlich nicht teil, aber der berühmte Harry Potter, der ja in ihrem Jahrgang ist. Und auch in ihrem Haus. Das ist der unnötigste Satz der Welt. Aber alle Informationen kennen wir schon. Ich find's aber gut, dass du noch mal so richtig voller Hate da drinstehen hast. Aber der berühmte Harry Potter, so wie Snape, wie er unsere neue berühmt hat. Ich fühle mich wie, als wären wir Lavender und Verbat, du. Kicher, Kicher. Diese Uhrzeiten. Ja, mit Alkohol trifft man... Ja, Menschen. Schlechte Entscheidungen. Man trifft Menschen, habe ich gesagt. Aber nur mit Alkohol. Was hast du denn gemacht, bis du 21 geworden bist? Keine Menschen getroffen? Nein. Nur Zauberer. Okay. Okay. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Vielen Dank.